Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 5842 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Bis spät in die Nacht haben wir gemeinsam an diesem Projekt gearbeitet. Bis spät in die Nacht haben wir gemeinsam an diesem Projekt gearbeitet. In der Schule tragen Schüler und Lehrer Schutzmasken, um sich nicht anzustecken. In der Schule tragen Schüler und Lehrer Schutzmasken, um sich nicht anzustecken. Ich schneide die Blaubeertorte in zwei gleiche Teile. Ich schneide die Blaubeertorte in zwei gleiche Teile. Ich schneide die Blaubeertorte in zwei gleiche Teile. Hilfst du mir mit dem Geschirr? Nimm dazu ein sauberes Geschirrtuch aus dem Schrank. Hilfst du mir mit dem Geschirr? Nimm dazu ein sauberes Geschirrtuch aus dem Schrank. Hilfst du mir mit dem Geschirr? Hilfst du mir mit dem Geschirr? Nimm dazu ein sauberes Geschirrtuch aus dem Schrank. Ich zeige euch, wie man dieses Gericht richtig zubereitet. Schaut es euch gut an. Schaut es euch gut an. Ich zeige euch, wie man dieses Gericht richtig zubereitet. Schaut es euch gut an. Schau in deinen Kalender. Können wir uns Anfang nächster Woche treffen? Wenn möglich vormittags. Familie bedeutet nicht immer Blutsverwandtschaft. Wahre Familie entsteht oft durch Liebe und Freundschaft. Drei fröhliche Kinder essen Wassermelone und erzählen sich lustige Geschichten. Sie sitzen auf einer farbigen Hängematte. Drei fröhliche Kinder essen Wassermelone und erzählen sich lustige Geschichten. Sie sitzen auf einer farbigen Hängematte. Drei fröhliche Kinder essen Wassermelone und erzählen sich lustige Geschichten. Sie sitzen auf einer farbigen Hängematte. Gut trainierte Muskeln sind die Basis aller Sprints. Ich kann den Elektroroller leicht zusammenfalten. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Bis zum nächsten Mal.